Willkommen zurück liebe Freunde zu Minecraft Story Mode Episode 2 mit mir der MrSig, vielen Dank fürs Einschalten und ohne groß zu quatschen geht's gleich los zu Episode 1. Ähm, jo. Weiter Episode 1. Denn wir sind auf der Suche nach Magnus, dem war ja in der ersten Episode, für den wir uns entschieden haben. Ach doch, fangen wir schon? Entschuldigung, ich bin. Ich meine, sicher, die Welt ist in Dane, aber es ist ihre Chance, um die Heroin zu sein. So wie für die kleine Verspätung der Episode 1, äh, Episode 2, aber ich muss der Episode 1 komplett nochmal neu schlagen. Weil meine Speicherdateien kaputt gegangen sind oder nicht mehr da waren. Fanden die sehr angenehm. Ich bin super schön, dass mir das passiert. Oh yes, Baby. Äh, Dude! Mag... Garst! Ich dachte, es muss schon passen. Swim! Au, 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 au! Rumm! Hiebe! Ah, verstecken. Ah, warum hat es so viel wehnt? Der Mindkart! Hiebe! Use etwas auf diesem Gas. Okay, danke, zuerst. Wissen Sie, ich bin. Wir haben doch sogar noch einen Bogen, oder? Wissen Sie, ich bin. Äh, drücke, l, l, und wechseln Sie. Ne, ich will, ich will ein Schwert haben. Nur, ähm, äh, nicht missen, okay? Ich will nicht, dass wir uns noch mehr lieben. Die Bogen würde im Endeffekt auch gehen, aber, ähm, das Schwert ist ja eigentlich auch ganz gut. Zeit um zu gehen, Junge! Los geht's! Du warst super, Jesse! Mit dem Gas und dem Mindenkart? Das ist wie das perfekte Warm-up für wenn wir in Boomtown kommen. Boomtown? Ja! Boomtown! Okay, was auch immer Boomtown ist. Boomt wahrscheinlich. Hö, hö, hö. Axel will bestimmt nicht als Erster rein, oder? Äh, äh, ich denke, ich werde das ganze Bogen zuerst halten, Jesse. Wie geht's dir? Ja. Okay, deswegen heißt Boomtown, Boomtown. Weil... Es boomt. Boomtown! Yeah! Minecraft-Story-Mode! Das werde ich jetzt nicht wieder alles vorlesen. Bewege dich, okay? Einmal auf dem Schritt. Na, jo. Bewege dich mit Ahn der Wand entlang. Jo, mach mal. Bam! Oh, 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 ne Trapwire. Oh, 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 oh. Oh, Chan! Alter, was ist denn da noch los bei dem? Wozu baut man eine Stadt... Wozu baut man eine Stadt, wenn man die dann entweckt, eh wieder an Schutt und Asche legt? Das wird man vielleicht bei uns auch mal machen. Ähm... Okay, brennender Schutt, ansehen. Kaktus. Guck mal, das ist ein Kaktus an. Wow, ein Kaktus. Du siehst nicht nach Hause. Ich nehme sie als Souvenir. Aber ich will keine Kaktus in meinen Händen. Good call, buddy. All diese gehören zu verschiedenen Griefers? Freie. Und trotzdem kriegen wir mein Telefon nonstop. So ist das halt. Weiter geht's mit Minecraft. Ähm, haben wir das? Okay. Das haben wir schon. Ähm, wo müssen wir denn jetzt eigentlich hin? Guckt euch mal die an. Was die da machen? Sind die bekloppt. Ähm, okay, da können wir nicht rein. Im Krater gucken wir uns mal an. Wow! Okay. Und die Griefer. Kann das sein, dass das so... Oh Gott. Und die sich jetzt in die Luft geht? Okay. Und wenn sie nicht, dann sterben sie, was sie lieben. Okay. Kann das irgendwie sein, dass die... Dass das so ne so ne üte Banditen ist? Stadt ist? Wie lebt hier niemand? Sind die verrückt? Ja. Danke. Sie sind adventurelos, Jesse. Es ist großartig. Okay, Axel lebt dafür. Der mag das anscheinend. Der ist ja, glaube ich, auch ein Fan von Magnus. Guck mal, wie der sich feiert. Der mag das. Hier hast du es, Jesse. Boomtown in all its glory. Was denkst du? Es ist wie, dass ich endlich nach Hause komme. Diese sind meine Leute. Und hör auf das. Sie sprechen meine Sprache. Wow. Boomtown hält dich sicher auf deine Beine. Erinnere Dinge, hm? Ja, ja. Jetzt bekommst du es. Okay, Axel gefällt das ganz, äh, offensichtlich. Mir gefällt das nicht so. Aber, naja. Boom, boom, boom. Ah, na klar, das Amulett. Das zeigt uns jetzt wahrscheinlich, wo Magnus sein soll. Ja. Ja. Ja, ja, Axel. Guck da, da, da. Da. Warte. Ja. Ding, ding, ding. Ding, 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 ding. Ding, 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 ding. Ding, 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 ding. Hey there, new people. You, uh, you said you know where Magnus is? Nein. All the griefers here in Boomtown want to find Magnus, you know. Whoa. Ah, so. Das zeigt mir an, dass du blöde bist. Oh, es kommt noch mehr. Oh, oh, warum wollen die alle Magnus finden? Was war denn los? Äh. Pfff. Bunch of Scavengers. This drop is mine. Vergiss es. All right? We need this to find Magnus and... Hey, we all want to find Magnus, friendo. Die blöde Kille. Die blöde Kille. Oh, I need that thing. Komm zurück. Oh, mighty Magnus. I have for you this offering. NOOOOOOO. Okay. Ist ja wie Daisy, die wollen alle nur Loot, Loot, Loot. Bunch of Noobs. Hey, are they going the same way? They are working together. What the fuck? This is just how we do it in Boomtown. Which one took the Amulet? Ähm, na der andere, der andere, der hier, der hier, genau. Äh, wir laufen dem hinterher, oder? Den hier, der hier. Ich bekomme den mit dem Fischungskollern, du bekommst den kleinen blauen Haaren. Die Klappen, ja. Blauhaarige Spinner. Na jetzt, lauf den doch hinterher aus, dann lauf bei dir. Whoa! Dein Training ist ziemlich schön neu. Was? Äh, gib das Amulet her. Bam! Ins Kreuz gesprungen. Es kommt hier schon wieder an. Oh, sind die alle bekloppt, oder wat? Hey, did Noor come this way? Yeah, and she had the Amulet again. Nur hieß die? Okay, boah, er weiß denn nichts, wie die heißt. Stopp right there! How about, noo? How about, give me the Amulet, or I bring you a cup kürzer? Ah! Ah! Diese Klappen dauern immer noch lange, um durch die Klappen zu knacken. Ja, ah! Alter, sind die Jahren. Glückwunsch, ich glaube, ich habe uns eine klappen-freie Entrance gefunden. Yeah! Jesse, ganz cool. Mach damit! Oh oh! Oh, oh! Biss du bescheuert, oder was? Oh oh! Oh oh! Jesse, schau auf! Oh! Oh! Oh gottes 11! Nein! Boah, ist die anstrengend, alter, was ist denn bei den da los? Alter, ist die überall hier TNT, die drei. Ja, einfach gegen den Kopf knarren. Was ist denn bei der los? Kick das Amulett, du blöde Kuh. Cousin! Oh, 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 oh. Shit. Schnapp dir das Amulett. Oh, Jessie. Oh, oh. Okay. Ha, nice. Ist die andere jetzt draufgegangen? Annen. Was? Aber ich bin der, der sagte, wir sollten zusammenarbeiten. Nein, du hast nicht. Sehr gut. Richtig, schau sie weg. Shit. Jump. Sehr gut, Jess. System Oh, 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 oh. Wir müssen nahe sein! Geh schnell! Kostet mir das Amulett! Du bist mit Griefers und sie werden dich entfernen! Nun... Aber... Nicht verlieren! Hey, nicht mehr über mich! Ich habe es geschafft! Du hältst sie einfach anstrengend! Auf der Oberfläche! Ja, da habe ich es gesehen! Eier! Sehr gut! Lass uns Eier werfen! Äh... Entschuldigung! Da! Du kriegst ein Ei! Du kriegst ein Ei! Und... Du kriegst ein Ei! Und du kriegst ein Ei! Und... Und... Ich habe keine Eier mehr! Well... Hallo Opportunity! Okay... Boah! TNT! Deine... Mord! TNT! TNT! Haben sie alle weggemoscht? TNT! Ich hoffe, wir leben trotzdem noch! Und haben die jetzt nicht in die Einzelteile zerlegt! Das wäre äh... Weniger kinderfreundlich! TNT! TNT! Ihhh... XO ist am Stiessele und hat ein Pfeil... im Maenilo! Jesse... Wir haben es geschafft! Du musst nicht so überraschende klingeln! Hast du das Amulett? Natürlich! Ich und der Pig... Wir haben ihm total*** geschlagen! Jaaaa... Weil Reuben ist geil! Und wer wollte das Schweinchen nicht mehr dabei haben?! Hä, hä? Schweinchen ist geil... Gute Briefe, Reuben! Magnus, wir kommen jetzt! Oh ja, vielleicht ist es, ich weiß nicht, lockt oder was. Das ist eine Sache, die Leute an wichtigen Türen machen, oder? Oh, die Tür ist aufgegangen. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Excel auch nicht. So ist es, wir kommen da rein. Genau hinter dir. Aber das sieht aus wie Magnus, oder? Ja, jetzt ist es Magnus. Oh, Scheiße. Nein. Das sind keine Griefer, das sind Helden. Und ein Pigg? Wirklich? Hörtlich. Was ist daran offensichtlich? Um deine Hilfe, du Spinner. Also du bist nicht ein paar Griefer, die du hier hast, um mich unbewusst zu finden. Weil, ha ha, lass mich dir sagen. Ich meine, dieser Mann? Er hat Griefer geschrieben, alles über ihn. Mann, du wirst nicht wissen, wie viel das für mich bedeutet. Ja, ich glaube, Excel ist wirklich ein Fan davon, ne? Der liebt ja diese Stadt hier und so. Ich meine, nicht so wie der größte Fan. Genau. Also sag mir etwas, nicht Griefer. Wie hast du mich gefunden? Du arbeitest mit jemandem? Oder vielleicht hast du einen anderen. Ah, zwei Nubes. Ich bin jetzt mit dem. Wir haben ein Amulett, das hat uns direkt zu dir gebracht. Ja, das ist, äh, ein ziemlich guter. Das ist, äh, Gabriel, oder? Ja. Das klingt alles ziemlich weirr, Mann. Okay. Wer bist du wirklich? Warum bist du hier? Ich will Antworten. Jetzt. Geh dir einfach. Die Welt wird verletzt. Du hast mich enttäuscht. Geh auf. Sehr gut. Es ist ein enormer Monster, der die ganze Welt umsatzt und nichts kann es stoppen. Das ist, warum hat Gabriel uns gesagt, dass wir den Ordner wieder umsetzen. Magnus, du musst mit uns kommen. Du kannst die einzige Chance sein, die wir haben. Gib mir einen Held. Für sogar einen Sekunden, ich sollte hier kommen. Ich bin der Ruler dieses Jahrhundert. Wir fragen Allengard. Ich dachte, du wärst ein Held. Ich dachte, du wärst ein Held. Naja. Genau so schaut es nämlich aus. Du kannst mit uns kommen und helfen, diesen Disaster zu stoppen. All diese Dinge, die du mir sagst. Du erwartest mich, dass du einfach deine Worte für sie nehmen? Zwei Strangere mit wilden Geschichten. Und nichts, die für sie zeigen. Except für ein Amulet. Das ist nicht ihr. Magnus, jede Worte, was ich sage, ist wahr. Was ist denn los mit dem Typsen? Nein. Der mit dem Scheiß-Zinamit. Nein. Ich brüchte euch. Ich weiß nicht, ob du hier gesehen hast, aber es ist ein bisschen voll von Griefers. Ja. Aber das ist ein bisschen großartig, nicht wahr? Nein. Du hast gehört, über das ganze, die Räufer für seine Kräufe, nicht wahr? Es ist, wie sie es sind. Okay. So lange als ich Räufer bin, ich kann nicht verlassen, diese Tauern. Ich weiß, wie du fühlst. Nein, du bist nicht. Du bist richtig, ich nicht. Ich kann dich rausnehmen. Nein, du bist nicht. Schau, ich bin zu gut, und sie sind zu schwer. Es ist wie ein schreckliches Geist, das nur mich hierhert. Okay. Einfach gesagt, das ist Leben als König von Boomtown. Nicht so lustig, wie du denkst. Ich meine, hey, ich bekomme immer auf ihre Hände zu schreien. Ich glaube, das ist es. Magnus, wenn es ein Zeit ist, wenn du mit deinen Problemen hast, musst du nicht für immer schlagen. Ja, das wird ein tolles Banner machen. Aber die Realität ist, bis ein wertvolles Challenger mich schlägt, bin ich irgendwie schlägt. Aber du? Ha, du bist der Neukammer mit dem Gold amulett. Bei dem Moment werden wahrscheinlich alle Räume über wie großartig du bist. Und wenn du mich schlägt, dann werde ich gehen können. Ich kann es nicht glauben, dass ich das vorher nicht dachte. Ja, aber ich glaube, dass ich gewonnen habe, würde ich dann hier schlägt? Ja, du bist nicht so legendärisch wie ich. Du solltest es leicht genug schlägt, um einen anderen Krieger zu schlägt. Du hast einfach die Krone mit viel höherer Niveau gewonnen. Der Schausch ist, dass du nicht eine legendärer bist. Aber wenn du dich schlägt... Ich glaube nicht... Ich glaube nicht... Oh, das wird gut sein. Ich bin eigentlich sehr froh. Aber wir müssen sicher sein, dass es echt ist. Scheiße! Der Deathbowl hat noch nie die Karnage gesehen, die wir jetzt kreieren. Ähm, was ist der Deathbowl? Und das werden wir erst in der nächsten Folge rausfinden. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin, ihr Leben. Tschüss.